Ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Die Natur, man ist mitten in dieser wunderschönen Gegend. Die immergrünen Bäume und die Aussicht. Ich genieße die Ruhe hier und ich kann das wirklich nur empfehlen. Hier kannst du frei atmen, entspannen und meditieren. Die Natur umgibt dich und deine Seele. Hallo, ich bin zum ersten Mal in Pamperevo und freue mich unglaublich, dem Großstadtlärm und der Irrenhitze Sofias zu entkommen und hier einfach die Natur zu genießen in vollen Zügen. Es gibt eine große Auswahl gesunder Mahlzeiten, sowohl traditionell bulgarische als auch internationale Optionen. Durch die schöne Natur und die ausgezeichneten medizinischen Prozeduren fühle ich mich wie neu. Die Hygienemaßnahmen werden streng befolgt. Alles ist genau, wie es sein sollte und ich fühle mich wirklich sicher. Es wird sehr viel getan. Es wird sehr, sehr auch darauf hingewiesen, auch die Informationen seitens des Hotels, den Urlaubern gegenüber, sind immer relevant, präsent und informativ. Wir fühlen uns hier richtig wohl. Auch in der Stadt gibt es alle Sicherheitsmaßnahmen, genauso wie in Deutschland. Ich fühle mich, wenn nicht sogar sicherer wie in Deutschland, weil die Abstände hier noch mehr eingehalten werden. Diesmal waren wir zum ersten Mal in diesem Hotel und auch in Bulgarien. Vom Eindruck her war bis jetzt alles gut. Viele Möglichkeiten, viele Sachen, viele Shows, die man sehen könnte. Also bis jetzt ein super Hotel. Der erste Eindruck war sehr, sehr positiv. Wir sind sehr herzlich empfangen worden. Die Schutzmaßnahmen Corona sind sehr, sehr gut umgesetzt worden in meinen Augen. Überall Plastik, Abdeckungen und Schutz des Personals. Mundschutz überall. Man wird bedient. Man kann nicht selber nehmen, sondern man bekommt das Essen gereicht. Im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr gut aufgehoben und auch sehr gut vor Corona geschützt. Und das Essen. Das Essen ist fantastisch. Das Essen ist fantastisch. Wir werden sehen. Vielen Dank.